Also ich bin Priscilla Kapsch, ich komme vom Bodensee, aber wenn ich mich jetzt selbst mal vergleiche, bevor ich die Ausbildung angefangen habe und jetzt im Moment. Was befähigt einem Schauspieler im Beruf zu bleiben? Dass man an der Sache dranbleibt, dass man das unbedingt machen möchte. Das hat man in seinem Herzen drin und dann beißt man das einfach an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017